Endlich hat auch der Präsentationsmodus in Adobe Illustrator CC 2019 Einzug gehalten. Das heisst, ich kann jetzt unter Ansicht und dann kann ich sagen Präsentationsmodus. Und dann wird mir alles ausgeblendet und ich sehe das Ganze, wie es nachher gedruckt ausschaut. Mit der Escape-Taste bin ich wieder draussen. Ich habe hier noch ein zweites Dokument gemacht. Gehe mal hier drauf. Das ist eine Visitenkarte. Also wenn ich da draufgehe, ist das 85 auf 54. Das sieht man relativ gut. Und jetzt kann ich etwas machen, das ist etwas ganz Einfaches. Aber mit Befehl und 1 kann ich endlich mir die Originalgrösse darstellen lassen. So sieht es wirklich aus. Und mit Befehl 0 ist es ja immer die ganze Grösse und dann wird es ein bisschen schwieriger. Command und 1 oder Ansicht Originalgrösse kann ich die Originalgrösse darstellen lassen. Auch nichts weltbewegendes, aber eine Neuigkeit im neuen Illustrator.